Dienstag, 7. August 2018 5 Uhr 5 Druckennutzungsrechte Feedback Nach der Explosion in einem Wohnhaus im nordhessischen Nordknüllwald haben Rettungskräfte am frühen Dienstagmorgen eine zweite Leiche aus den Trümmern geborgen. Goppes sich bei den männlichen Toten um den vermissten 87-jährigen Bewohner des Hauses handelte, ist bisher unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach dem Einsturz des Gebäudes am Montag war bereits die 75-jährige Ehefrau des vermissten Tod geborgen worden. Eine weitere Bewohnerin war zur Unglückszeit nicht im Haus. Die zweite Leiche sei weit unten in dem Trümmerberg gefunden worden, hieß es von der Polizei. Weitere Suchmaßnahmen hätten sich daher weitestgehend erledigt. Feuerwehr und THW hatten das Gebäude in der Nacht von oben her Stück für Stück abgetragen. Um den 87-Jährigen zu finden. Am Abend war auch ein Hubschrauber mit einer Warmi-Bildkamera über die Stelle geflogen. Die Explosion hatte sich am Montag gegen 17.15 Uhr in Knüllwald Wallenstein im Schwalmederkreis ereignet. Feuerwehr, Rotes Kreuz und andere Organisationen waren mit insgesamt 350 Rettungskräften im Einsatz. Das Haus ist eingestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst hatte die Polizei von einer Gasexplosion gesprochen. Die Ursache für das Unglück ist allerdings weiter unklar. In der Nacht waren Brandursachen Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort. DPA-Einsatz in Knüllwald Wallenstein. Bei dem eingestürzten Gebäude handelt es sich um einen alten Hof an der Hauptstraße des 270 Einwohnerdorfs südlich von Kassel nahe Homburg-Efze. Schon weit vor dem Haus lagen Glassplitter, Hausrat und Trümmerteile. Das hintere Haus war komplett zusammengefallen. Die meisten Ziegel des Daches waren abgedeckt. Der Sachschaden wurde auf 150.000 Euro bis 200.000 Euro geschätzt. Ein zwölfjähriges Mädchen, das im Nachbarhaus lebt, wurde laut Polizei durch herumfliegende Glassplitter verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich. Ein weiterer Nachbar habe wegen der Ereignisse einen Schwächanfall erlitten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017